Warte mal! Warte mal! Ja Jungs! Lass kein Ergebnis einschlagen und fertig! Er ist halt ein Zauberer, lass ihn! Er fehlte Merlin und dann drückt ihm noch Maiden rein. Ja hab ich, ich hab ein Sonstiges und hab Cheater reingeschickt. Ja, das stimmt. Nee, ich muss einen Cheater reinschauen, sondern einen Hurensohn. Ja. Da ist einfach einer. Ein kleiner hässlicher Hurensohn. Der kein HR hat. Nee, er hat keine Freunde, er braucht die Bestätigung und CS, ja! Ja! Und die muss er sich noch ercheaten, oder was? Wie panisch ist er denn? Ja! Er bestimmt trotzdem mit seinem Low-Hack, Alter, hab ich ihn trotzdem gegeben. Ja, das war schon... Und jetzt geil, dass ich da auch im Test... Warte... Hast keine Rechte im Test, ich hab keinen Bock mehr auf das Gesicht. Nee, leider nicht. Ich hab noch ein anderes, aber das hab ich noch nicht eingestellt. Dann hab ich erst mal das genommen. Dann hab ich erst mal das genommen. Ja.